Die unendliche Weite des Universums hat seit Menschengedenken eine riesige Anziehungskraft auf uns. Wer oder was ist noch da draußen? Es wäre genial, wenn wir wirklich was sehen. Nate Arizona kann angeblich den Kontakt zu Außerirdischen herstellen. Er nimmt unseren Reporter und eine Handvoll wagemutiger Abenteurerinnen und Abenteurer mit auf eine Tour, die nicht von dieser Welt ist. Drei Tage jagen wir durch die Wüste Nevadas. Vom übertriebenen Ufo-Hype bis zur sagenumwobenen Area 51. Wir haben die Geheimniskrämerei satt. Wir haben ein Recht zu erfahren, was ihr versteckt. Das Ziel der Tour, ein echtes Ufo sehen. Und wir hätten nie damit gerechnet, wie gut das klappt. Nate, ich glaube, wir haben hier etwas entdeckt. Willkommen zum wohl abgehobensten Abenteuer der Welt. Dessen Buchung ist unspektakulär. Reporter Torben sucht in klassischen Reiseportalen nach Ufo-Jagd und findet genau eine Tour. Drei Tage im Südwesten der USA. Für 2500 Dollar pro Person. Das ist eine riesige Menge Geld, die man dafür bezahlen muss. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man hier wirklich Ufos zu sehen bekommt. Für mich klingt das nach einer geschickten Abzocke. Man schreibt Ufo drauf, verlangt viel Geld und die Leute zahlen das dann. Ich mache das jetzt mal und zahle das Geld und bin gespannt, was sich dann wirklich abspielt. Galaktische Alienjagd oder irdische Abzocke. Was erwartet uns? Wenige Tage später sind wir in Utah. Dort startet morgen die Tour. Und die beginnt früh. Um 5 Uhr morgens trifft sich die Reisegruppe. Guten Morgen, guys. Guten Morgen. Gehen wir jetzt Ufos jagen? Haben Sie ihr bei uns? Ja, auf jeden Fall. Das sind also die Ufo-Jäger. Grafikdesigner Heini und seine Töchter McKenna und Alex. Die hat ihre Tochter Lennon dabei. Sie können es kaum erwarten, bis die Tour losgeht. Ich weiß nicht, ob es wirklich grüne Männchen in Raumschiffen sind, aber ich glaube, dass irgendwas vor sich geht. Was genau es mit den Ufos auf sich hat, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, dass wir es jetzt herausfinden. Die Antworten zu liefern, verspricht Veranstalter Nate. Es geht hier darum, aufgeschlossen zu sein. Wir wollen das verstehen, was wir nicht erklären können. Das ist so wichtig bei dieser Reise. Es ist eine Chance zu lernen, Erfahrungen zu sammeln, die uns weiterbilden. Vor allem die Skeptiker. Skeptiker. Da fühlt sich Reporter Torben gleich angesprochen. Die nächsten zwei Tage fahren wir durch den Südwesten der USA. Das ultimative Ziel der Reise, Area 51. Die Geheimbasis des US-Militärs. Doch schon auf dem Weg dorthin soll es Hinweise auf außerirdisches Leben geben. Erstmal gibt es stundenlang vor allem wunderschöne Landschaft zu bestaunen. Nach rund 140 Kilometern ist es Zeit für den ersten Stopp. Cathedral Gorge, ein State Park. Nicht von dieser Welt. Was wir hier sehen, ist ein anderer Planet und nicht unsere Erde. Ich wollte, dass ihr das hier auf unserem Weg zu Area 51 seht. Denn vielleicht sähe es so aus, wenn ihr in einem Realität gewordenen Star-Wars-Film wärt. Auch wenn es abgespaced aussieht. Echte Aliens treffen wir hier wohl nicht. Eine erste Enttäuschung für uns. Und wie sind die Erwartungen der anderen an die Tour? Es wäre genial. So genial, wenn wir wirklich etwas sehen würden. Deswegen fahren wir schließlich raus zur Area 51. Es wäre traumhaft, wenn wir dort etwas im Himmel sehen würden. Denn ich will antworten. Ich möchte hier Antworten bekommen. Ich möchte, dass mir jemand erklärt, was diese fliegenden Phänomene sind. Mein Vater hat mich eingeladen mitzukommen. Er hat schon immer mit uns über Aliens geredet. Er hat meine Brüder schon mal auf einen Trip wie diesen mitgenommen, aber noch nie uns Mädchen. Das ist unsere Chance. UFO-Jagd als Familientradition. Heini ist hier, um Antworten zu bekommen. Doch warum ist er so fasziniert von UFOs? Das will er uns nicht verraten. Noch nicht. Nach rund einer Stunde geht die Fahrt weiter. Schließlich soll Sightseeing nicht von dieser Welt, nur ein kleiner Teil des Abenteuers sein. Klar, das sieht hier alles wunderschön aus, aber mit UFOs hat das irgendwie noch gar nicht so viel zu tun. Eigentlich soll diese Area 51 Tour doch echte Antworten liefern. Der Mann, der diese verspricht, Nate Arizona. Was macht ihn zum Experten? Ich hab hier draußen Dinge gesehen. Ich war acht Jahre alt, als ich das erste Mal mit meiner Familie bei Area 51 war. Seit ich acht war, bin ich zwei bis dreimal im Jahr dort rausgefahren. Und mit dieser Erfahrung verdient sich Nate jetzt eine goldene Nase. Oder steckt mehr dahinter? Für mich ist das ein ernsthaftes Thema, über das man reden sollte. Man muss auch gar nicht an UFOs glauben. Ich rate sogar davon ab, dass man an etwas glaubt, ohne dass es Beweise gibt oder man richtig nachforscht. Es geht nur darum, offen für alles zu sein. Nate macht seit 20 Jahren Touren, um Skeptiker zu überzeugen und UFO-Gläubige zu informieren. Es ist super schön zu hören, wie enthusiastisch Nate ist. Das Problem ist für mich noch, es fehlen halt irgendwie Beweise oder irgendwas, ein Hinweis wenigstens. Die soll der zweite Stopp des Tages liefern. Nate führt die Gruppe durch ein Naturreservat der Ureinwohner. Lion's Mouth, das Maul des Löwen. Hier soll es echte Beweise für den Besuch der Aliens geben. Dieses Gebiet ist für einige Stämme heilig und wir sollten die örtliche Kultur respektieren und es ebenso als heilig ansehen. Früher war dieser Berg ein Pilgerort für Amerikas Ureinwohner. Heute lockt er vor allem UFO-Fans aus aller Welt an. Doch warum? Was erwartet uns auf dem Gipfel? Und hier ist das uralte Alien-Raumschiff an der Wand hier drüben. Das Ziel der Wanderung? Diese bis zu 2000 Jahre alten Wandmalereien. Was hat es damit auf sich? Nirgendwo im Süden von Utah gibt es Malereien oder Zeichnungen wie diese. Und viele dieser Malereien deuten auf einen Alien-Einfluss auf die Einwohner vor langer, langer Zeit. Das hier sieht wie eine Rakete für mich aus. Was denkt ihr? Sieht es nicht aus wie ein Raumschiff aus einem Ray Bradbury-Film? Das Feuer und der Rauch, die dort rauskommen. Und das hier erinnert mich an eine Art Geister- oder Alienwesen. Schaut euch das an. Man sieht, dass das Wesen große Antennen an seinem Kopf hat. Klingt abwegig? Bei vielen Stämmen im Süden Utahs spielen die sogenannten Sternenmenschen eine wichtige Rolle. Wesen von einem anderen Planeten, die regelmäßig in UFOs zur Erde kommen. Der Legende nach haben sie den Ureinwohnern so vor Jahrhunderten ihre Sprache und Umgangsformen beigebracht. Bis heute wird die Existenz von Aliens und Ufos in der Region als Fakt akzeptiert. Die Höhlenmalereien sind sehr überzeugend. Das sind sehr, sehr gute Beweise, dass wir in der Vergangenheit mal besucht worden sind. Ich weiß nicht. Das könnte alles Mögliche sein, wenn ich ehrlich bin. Das kann irgendwas sein. Ich glaube nicht wirklich, dass es ein Ufo ist. Die Lager in der Familie sind klar verteilt. Was hält unser Reporter von den Beweisen? Es ist schon beeindruckend. Also es kann natürlich alles sein, aber es sieht halt ganz, ganz anders aus als all die anderen Zeichnungen drumherum. Also es ist irgendwie, sieht nicht aus wie was Menschliches, was sie da gemalt haben. Es ist schon spannend. Bei Skeptiker Tom hat der erste Tag scheinbar Spuren hinterlassen. Und der neigt sich dem Ende entgegen. Seit 14 Stunden ist die Gruppe schon unterwegs. Die Nacht verbringen sie in Pioge, einer alten Wildweststadt. Heini hat mittlerweile Vertrauen zu uns gefasst und sich entschlossen, seine Geschichte mit uns zu teilen. Das erste Mal, dass ich eine Erfahrung mit einem Ufo machte, war in La Mirada, Kalifornien. Ich war zehn Jahre alt. Es war dunkel, es war in der Nacht und wir haben ein helles Licht gesehen, das über ein paar Häusern schwebte. Wir saßen einfach nur da und haben es angeschaut. Wir haben das Ding dort oben am Himmel für ein paar Minuten angeschaut. Dann ist es plötzlich aus unserem Sichtfeld verblasst. Das war meine erste Erfahrung mit Ufos. Und ganz ehrlich, meine einzige. Aber damit hat alles angefangen. Eine Lebensaufgabe für Heini. Auch Jahrzehnte später will er wissen, was genau er gesehen hat. Vielleicht bekommt er ja morgen die ersehnten Antworten. Tag zwei. Der Tag, an dem die Gruppe echte Ufos zu Gesicht bekommen soll. Neu dabei ist Ron. Wegen einer Autopanne startet er die Jagd. Einen Tag später. Der 72-Jährige ist ein pensionierter Ingenieur, der früher mit der NASA und der Regierung an Raketen arbeitete. Ich freue mich sehr. Ich war seit 35 Jahren nicht mehr bei Area 51. Das letzte Mal, als ich da war, wurde ich beinahe verhaftet. In den 80ern war die Ufo-Forschung eben noch etwas wilder. Mit anderen Interessierten war Ron immer wieder an der Grenze zur Area 51 unterwegs und versuchte herauszubekommen, was hinter den Absperrungen vor sich ging. Finden wir das heute heraus? Auf geht's, die Straße ruft. Dafür macht sich die Gruppe jetzt auf den Weg zur Area 51. Dort werden wir sogar die Nacht verbringen, um echte Ufos zu sehen. Die Jagd nimmt endlich Fahrt auf. Nach drei Stunden ist es Zeit für den ersten Stopp des Tages. Das ist das Schild für das Alien Research Center. Was erwartet uns hier? Ein Labor? Nein, ein Souvenirladen? Von echten Erkenntnissen ist nichts zu sehen. Ist der Alien-Hype also doch nur eine gute Verkaufsmasche? Unsere Jagdstimmung ist erst mal vorbei. Für euch als Ufo-Anhänger, ist das hier nicht albern? Zieht es ins Lächerliche? Wie geht es euch damit? Es ist unterhaltsam. Wenn wir es so schaffen, dass sich die Menschen für die Thematik interessieren, können wir ihnen als nächstes die Wahrheit darüber beibringen. Die selbsterklärten Ufo-Forscher nehmen es also mit Humor. Und es geht wohl auch kaum anders. Die Ufo-Fanshops haben alles im Angebot, was Alien-Jäger brauchen. Und was sie nicht brauchen. Ich mag China, aber ich liebe mein Alien-Trockenfleisch. Das Geschäft mit dem Ufo-Hype boomt. Auch Nate verdient gut. 2500 Dollar pro Person kostet das All-Inclusive-Abenteuer. Wie kommst du auf die Preise? Ich habe keine Konkurrenz. Und bei den Preisen muss man vor allem meine Ausgaben berücksichtigen. Außerdem dauert es lange, sein Abenteuer zu planen. Manchmal dauert es Wochen, normalerweise mindestens einen Monat. Diese Vorbereitungen führen Nate und seine Gruppe unweigerlich zum Höhepunkt der Tour. Dem Mecca für Ufo-Jäger. Dem Traum aller Alien-Fans. Wir nähern uns dem Sperrgebiet. Vielleicht noch eine Meile oder so. Erster Stopp. Der Haupteingang von Area 51. Nun gut, für uns bleibt der Eingang verschlossen. Doch das Sperrgebiet hinter diesem Zaun ist sagenumwoben. Manche glauben, hier werden Aliens gefangen gehalten. Whistleblower behaupten, hier wird mit Alien-Technik gearbeitet. Fakt ist, immer wieder kommt es hier zu Sichtungen. Menschen berichten von unerklärlichen Vorkommnissen und unbekannten Flugobjekten. In einer No-Fly-Zone. Deshalb spielt die Einrichtung bei Ufo-Forschern eine große Rolle. Auch Ron war hier früher oft unterwegs, hat geforscht und nach Beweisen für Ufos gesucht. Wie fühlt es sich an, nach 35 Jahren wieder hier zu sein? Es fühlt sich komisch an. Zum Teil ist das genau so, wie ich mich erinnere. Andere Dinge sind nicht mehr so. Es gibt jetzt viel mehr Schilder. Damals gab es zum Beispiel noch keine Drohnen. Doch die Stimmung, das Gefühl, das man hier bekommt, ist immer noch dasselbe. Was auch immer sich in wenigen Kilometern Entfernung abspielt. Keiner der Gruppe kann sich dem entziehen. Man steht hier und es fühlt sich auf jeden Fall ganz, ganz komisch an. Also irgendwas geht hier vor sich und man spürt das schon, obwohl man überhaupt nichts sieht. Aber es fühlt sich komisch an. Auch auf den sonst so coolen Führer Nate hat die Aura eine Wirkung. Er wird immer unruhiger. Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was ihr hier versteckt. In Sachen 70 Jahre alter Technologie. Wir wollen keine Gefangenen mehr sein auf diesem Gefängnisplaneten. Wir wollen bei den Sternenmenschen sein. Alles klar. Turgat Nate wirkt wie besessen. Er verliert die Kontrolle und schreit seine Wut heraus. Er will, dass die geheime Basis endlich ihre Geheimnisse preisgibt. So lasse ich etwas Druck ab von dem Ärger, der sich seit Jahren in mir aufgestaut hat. Ich habe es satt, dass sie mit mir spielen. Das hier fühlt sich wie ein zweites Zuhause für mich an. Und die Typen experimentieren mit dem amerikanischen Volk, davon bin ich überzeugt. Und die echten Geheimnisse verstecken sie dort drinnen. Und dort gibt es sicherlich ein Dutzend Edward Snowdens, die nur etwas Inspiration brauchen. Von uns? Von unserem Geschrei? Von unseren Appellen. Sie werden unsere Aktion sehen und denken, verdammt, vielleicht ist es das Risiko wert, um die Welt zu verbessern. Ist das einer der Gründe, warum du Touren mit hier hernimmst? Ja. Nate meint es ernst. Klar, er verdient viel Geld mit seiner Tour. Aber seine eigentliche Motivation geht tiefer. Nate will aufklären und die Staatsgeheimnisse aufdecken. Und wir sind Teil seines Feldzugs. Denn hier, wenige Kilometer vom Area 51 Haupteingang entfernt, wird die Gruppe heute Nacht campen und versuchen, echte Ufos zu sehen. Was zu diesem Zeitpunkt keiner ahnt, diese Nacht wird unvergesslich. Jetzt ist es soweit. Der große Moment ist gekommen. Heute Abend will ich endlich Beweise sehen. Alles ist auch dafür angerichtet. Sieht so wunderschön aus hier. Jetzt muss ich nur irgendwas finden. Die Jäger sind natürlich nicht unvorbereitet. Ron hat Nachtsichtgeräte mitgebracht. Im Nachthimmel über uns verstärken sie das Licht der Sterne. Und das Licht von allem anderen. Ich will, dass du loslegst und dir den Nachthimmel anschaust. Und schau mal, was du entdecken kannst. Du wirst Ufos sehen. Das kann ich dir beinahe garantieren. Alles klar. Auf diesen Moment hat das ganze Abenteuer hingesteuert. Werden wir hier tatsächlich etwas entdecken? Ich habe zwar überhaupt nichts hier entdeckt bisher, aber es ist super aufregend. Das ist halt super spannend, weil ich könnte halt jede Sekunde irgendwas entdecken. McKenna und Torben suchen den Nachthimmel nach leuchtenden Objekten ab, die sich unnatürlich bewegen. Flugzeuge und Satelliten fliegen in geraden Bahnen vorwärts. Ufos hingegen schweben eher auf der Stelle. So zumindest die Theorie. McKenna, ich glaube, ich habe ein Ufo entdeckt. Wie? Ich glaube, dort ist ein Ufo. Du hast eins gefunden? Ja. Du kannst dieses Gerät nehmen. Es ist da hinten, über eurem Auto. Ein bisschen nach rechts. Hier, take this guy. Da ist was. Oh ja, es blinkt. Es blinkt sporadisch. Ja, das ist ein Ufo. Torben hat sich offenbar in den Bann der Jagd ziehen lassen. Ist das hier wirklich ein Ufo? Ärgerlich, dass Ufo-Footage immer so unscharf ist. Diesmal, weil die Kamera durch das Nachtsichtgerät filmt. Ein Profi muss den Fund bestätigen. Nate! Nate! Ich glaube, wir haben etwas entdeckt. Was denn? Das müsst ihr uns sagen. Der große Moment. Was sagen die Profis? Was ist das? Haben wir wirklich ein Ufo entdeckt? Zeit für das Urteil der Experten. Wo genau ist es in Bezug zum Orion-Gürtel? Ehr tief, in der Nähe der Berge. Ah, da, ganz unten über den Bergen. Siehst du's? Ja. Was ist das? Ist das ein Ufo? Weiß nicht. Es ist ein blinkendes Licht am Horizont. Es ist also ein unidentifiziertes Flugobjekt, oder? Ja, und jetzt verschwindet es. Unfassbar. Dort am Himmel ist tatsächlich ein Ufo. Irgendwas geht hier vor sich. Ist es außerirdisch? Sehen wir hier geheime militärische Tests? Was auch immer es ist, über Area 51 herrscht eigentlich Flugverbot. Und trotzdem schwebt dort gerade etwas. Oh my God! Oh my God! Ich glaube, wir haben echt ein Ufo entdeckt. Also einfach mal ein Ufo. Ein Ufo, oder? Ja. Ein einmaliges Erlebnis. Wir haben tatsächlich etwas in der Wüste Nevadas entdeckt. Auch Guide Nate ist happy. Er hat seiner Gruppe gezeigt, was er versprochen hat. Mit der richtigen Ausrüstung glaubt man schnell an Ufos. Ufo-Veteran Ron fühlt sich in der Zeit zurückversetzt. Der Abend bedeutet mir eine Menge. Ich habe hier viele, viele Jahre verbracht. Und selten war ich so glücklich wie heute Abend. Dafür möchte ich euch danken. Ja, Ron, da hast du recht. Wenn nur die Deutschen nicht hier wären. Zwei Tage, 1800 Kilometer und 2500 Dollar pro Person später haben wir tatsächlich Unerklärliches in der Nähe von Area 51 gesehen. Der nächste Morgen. Was halten die Reisenden von der Ufo-Jagd? Ich hatte eine Menge Spaß. Ich liebe es, dass ich diese Tour mit meinem Vater erlebt habe. Meiner Schwester und meinem Baby. Es war großartig. Was wir hier gestern Abend gesehen haben, war außergewöhnlich. Wer weiß, was genau wir da gesehen haben, aber es war etwas Unglaubliches, das wir gemeinsam erlebt haben. Hier an der Grenze zu Area 51. Hast du das all deine Fragen beantwortet? Nein, keine meiner Fragen wird beantwortet sein, bis ich nicht ein Ufo aus nächster Nähe sehe. Wenigstens muss Heini nicht mehr allein suchen. Auch seine Töchter hat das Jagdfieber gepackt. Und Reporter Torben? Das waren wirklich zwei unfassbar spannende Tage. Ich habe so viel von diesem Land gesehen und ich habe gestern Abend was gesehen, was ich mir einfach nicht erklären kann. Es ist unfassbar, damit hätte ich nie gerechnet und ich muss jetzt erstmal ordentlich drüber nachdenken, was genau hier passiert ist. Das Urteil ist einstimmig. Die Jagd war ein voller Erfolg und scheinbar 2500 Dollar wert. Irgendwas haben wir schließlich letzte Nacht erlebt. Und um zu klären, was, bedarf es wohl einer neuen Generation der Ufo-Jäger.